Friedrich Merz ist homophob, Friedrich Merz ist rechts und er ist neoliberal. Das sag jetzt nicht ich, das sind Klischees, die ich immer wieder in den Kommentaren und auf Twitter über den neuen CDU-Boss lese. Aber ist da überhaupt was dran? Ich mein, Friedrich Merz ist ja bei einigen Menschen mega beliebt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme das Wahlergebnis an. In diesem Video checke ich, ob die Klischees wirklich zutreffen, warum Friedrich Merz trotz der ganzen Kritik bei vielen CDU-Mitgliedern richtig gut ankommt und wie er seine Partei aus ihrer katastrophalen Lage retten will. Lasst uns zum Warmwerden mal mit ein paar Funfacts über Friedrich Merz starten. Joachim Friedrich, Martin, Josef, das klingt nach der Skatrunde von meinem Opa, wir reden hier aber nur über eine Person. Das sind nämlich alle Vornamen von Friedrich Merz. Da steckt übrigens der Name vom Papa und von seinem Opa. Was mich direkt zum nächsten Fakt führt, Friedrich Merz stammt aus einer alten Anwaltsfamilie aus dem Sauerland. Sein Papa und sein Opa waren schon Juristen und logisch, dass Friedrich den gleichen Weg eingeschlagen hat. Aber Merz war nicht immer der krasse Überflieger. Er ist sogar mal sitzen geblieben und musste die Schule wechseln. Trotzdem wurde Merz recht früh zu einer großen Nummer in der CDU. Er galt mal als das Megatalent seiner Partei. Von 2000 bis 2002 war er sogar Fraktionschef. Doch dann hat er sich dummerweise mit der Falschen angelegt. Merkel hat Merz damals nämlich einen dicken Strich durch die politische Karriere gemacht. Um die komplette Macht in der CDU zu haben, hat sie ihn 2002 als Parteichefin von der Fraktionsspitze verdrängt. Merz kam nie wieder an Merkel vorbei. Ab 2004 hat er sich dann Stück für Stück zurückgezogen. Im gleichen Jahr hat sich übrigens auch folgender Vorfall ereignet. Am Ostbahnhof in Berlin hat Merz damals sowas wie ein elektronisches Adressbuch verloren. Ja, es gab 2004 halt noch keine Smartphones. Da hatten Leute sowas anscheinend. Jedenfalls hat ein Obdachloser das Teil gefunden, reingeguckt und plötzlich die Handynummern von super wichtigen Politikern wie Gerhard Schröder und Edmund Stoiber entdeckt. Er hat das Adressbuch dann am Bahnhof abgegeben und wahrscheinlich für einen möglichen Finderlohn die Adresse der Obdachlosenhilfe hinterlegt. Und jetzt haltet euch fest. Vier Wochen später hat ihm eine Sozialarbeiterin den Finderlohn übergeben. Eine Ausgabe des neuen Buches von Friedrich Merz. Der Titel Nur wer sich ändert wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusionen. Kursbestimmung für unsere Zukunft. Das hat er einem Obdachlosen geschenkt. Merz hat später gesagt, dass er damals nicht wusste, wer das Adressbuch gefunden hat. Nochmal, die hinterlegte Adresse war die Obdachlosenhilfe. Naja, vielleicht sind es ja genau solche Geschichten, die zu gewissen Klischees führen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Klischee Nummer eins. Friedrich Merz ist neoliberal. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Ran an die Arbeit, raus aus der sozialen Hängematte. Der Staat hilft dir nicht länger. Dieses Mindset steckt hinter dem Satz von Friedrich Merz, den er über die Corona-Hilfen der Bundesregierung gesagt hat. Aber ist es schon neoliberal? Und was bedeutet der Begriff überhaupt? Klar ist, mittlerweile ist neoliberal zum politischen Kampfbegriff geworden. Vor allem CDU, FDP und AfD wird er immer wieder an den Kopf geworfen. Wir wollen nicht, dass Deutschland von Herrn Laschet, von Herrn Merz, Herrn Scheuer oder auch von Herrn Linder den Weg zurück in die neoliberale Mottenkiste geht. FDP, AfD und Union lehnen das ab. Sie singen unverdrossen weiter das neoliberale Lied von den heilsamen Wirkungen des nationalen Steuerwettbewerbs. Dieser Neoliberalismus, den Sie hier wieder vorschlagen, hat abgewirtschaftet. Der Vorwurf, die Parteien machen eine Politik, von der zwar die Wirtschaft profitiert, die aber den Menschen dabei vergisst. Oder politisch gesprochen, mehr Wirtschaft, weniger Sozialstaat. Das Ironische dabei ist, dass der Neoliberalismus in seiner ursprünglichen Form genau das eindämmen wollte. Lasst uns dafür eine kurze Zeitreise machen, zurück ins 19. Jahrhundert. Damals entwickeln sich die ersten Unternehmen zu riesigen Monopolen. Der Staat greift nämlich kaum in die Wirtschaft ein. Am Ende verlieren die ArbeiterInnen. Um das einzudämmen, wurde in Politik und Ökonomie der Neoliberalismus entwickelt. Im Vergleich zum klassischen Liberalismus greift der Staat da stärker in die Wirtschaft ein, um Monopole zu verhindern und den sozialen Ausgleich zu stärken. Man kann sich den Staat beim Neoliberalismus also so ein bisschen wie ein Schiedsrichter vorstellen, der die Wirtschaft zurückpfeift. Ihr kennt das heute als soziale Marktwirtschaft. Mit dem Kampfbegriff Neoliberalismus, den mittlerweile viele verwenden, hat das also nichts zu tun. Aber zurück zu Friedrich Merz. Der sagt über sich selbst. Ich habe mich nie als Neoliberaler empfunden. Und ich mich nie als mittelalter weißer Mann mit Tattoos. Unter ExpertInnen gilt Friedrich Merz nämlich als Anhänger der sogenannten Trickle-Down-Theory. Die ist ziemlich umstritten und besagt, wenn die Reichen mehr Geld haben, dann fließt auch automatisch mehr nach unten zu den Ärmeren. Let the champagne flow! Damit begründen manche PolitikerInnen übrigens Steuererleichterung für Reiche. Und das ist halt volle Kanne Neoliberalismus. Also wie wir ihn heute verstehen. Aber mit Klischees ist es manchmal kompliziert. Denn gleichzeitig ist Friedrich Merz für den Mindestlohn. Nach eigenen Angaben schon ewig. Dabei muss man sagen, Merz will nicht, wie z.B. Olaf Scholz, dass der Gesetzgeber die Höhe selber festlegt. Ich war immer für den Mindestlohn. Die entscheidende Frage ist, wer ihn in Zukunft festlegt. Die Tarifvertragsparteien oder der Gesetzgeber. Aus meiner Sicht sollte dieses Thema in der Mindestlohnkommission bleiben und gehört nicht in den Bundestag. Also Friedrich Merz hat durchaus ein neoliberales Mindset. Tendenziell will er weniger Staat und der Wirtschaft mehr Freiraum geben. Trotzdem ist es auch für Merz an bestimmten Stellen wichtig, dass es gewisse Leitplanken gibt, wie beim Mindestlohn. Lass uns aufs nächste Klischee gucken. Merz ist homophob. Also ich sage mal so über die Frage der sexuellen Orientierung. Das geht die Öffentlichkeit nichts an. Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft – an der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht – ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion. Puh, das hat Merz im September 2020 der BILD-Zeitung gesagt. Er wurde damals gefragt, ob er sich einen homosexuellen Kanzler vorstellen könne. Merz hat hier ein klassisches homophobes Klischee genutzt. Homosexualität und Pädophilie haben nämlich nichts miteinander zu tun. So, und wer es jetzt gut meint mit Merz, der kann natürlich sagen, ja, okay, bisschen unglücklich formuliert vielleicht das Ganze. Oder man sagt es wie seinen Parteikollege Jens Spahn, der offen homosexuell lebt und bei der Sache durchaus noch Redebedarf sieht. Naja, wenn die erste Assoziation bei Homosexualität Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müssen Sie eher Fragen an Friedrich Merz richten, würde ich sagen. Aber die Nummer aus dem September 2020 war nicht sein erster Fehltritt bei dem Thema. Knapp 20 Jahre zuvor hat der langjährige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wovereit, diesen Satz gesagt. Ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Auf die Homosexualität von Wovereit angesprochen, meinte Merz 2001, damals Fraktionschef der CDU. Solange Wovereit sich mir nicht nähert, ist mir das egal. Wow, das ist heftig. Mittlerweile wählt Merz bei dem Thema aber eine andere Strategie. Im November war er auf dem Bundestreffen der LSU, der Lesben und Schwulen in der Union. Und da hat er sich offen und interessiert gegeben und hat sich sogar für das Adoptionsrecht von homosexuellen Paaren ausgesprochen. Und auf die Situation von Transmenschen angesprochen, sagte Merz. Merz hat wahrscheinlich gemerkt, dass er mit homophoben und transphoben Ressentiments im Jahr 2021 kaum bestehen kann. Die Frage ist, ob man ihm den Geisteswandel abkaufen kann. Und nicht nur beim Thema Homosexualität hat sich der neue CDU-Chef gewandelt. Was uns zum nächsten Klischee bringt, Merz ist rechts. Schließe ich daraus richtig, dass Ihre Antwort auf das Problem des Rechtsradikalismus die stärkere Thematisierung von Clan-Kriminalität, Grenzkontrollen usw. ist? Und wenn nicht, was wäre sie dann? Die Antwort ist ja. Im Februar 2020 tötet ein Rechtsextremer in Hanau neun Menschen mit Migrationsgeschichte. Kurz darauf ruft Friedrich Merz zur Pressekonferenz. Er will seine Kandidatur für die Wahl zum CDU-Parteivorsitz bekannt geben. Logisch, dass es dabei auch um das Attentat von Hanau geht, das erst wenige Tage alt ist. Ein Journalist konfrontiert ihn mit dem Problem des Rechtsradikalismus in Deutschland. Und die Antwort von Merz? Wenn wir stärker gegen ausländische Clans vorgehen, wenn wir unsere Grenzen strenger kontrollieren, dann wird das Problem des Rechtsradikalismus kleiner. Wirklich? Die Antwort ist ja. Merz hat für diese Aussage natürlich mega Kritik bekommen. Denn er hat damit ja gesagt, offene Grenzen und Clankriminalität sind der eigentliche Grund für Rechtsextremismus. Und das wenige Tage, nachdem ein Rechtsextremer neun Menschen mit Migrationsgeschichte getötet hat. Doch auch im Umgang mit Rechts hat sich der neue CDU-Chef anscheinend gewandelt. Mittlerweile sagt er Dinge wie, die Gefahr für unsere Gesellschaft geht heute deutlich stärker von Rechtsradikalen als von Linksradikalen aus. Deshalb müssen wir uns da ganz klar positionieren. Oder? Es gibt niemanden in der CDU, der eine Rechtsverschiebung der Partei möchte. Aber was versteht Merz unter einer Rechtsverschiebung? Klar ist, dass die CDU unter ihm als Chef wieder konservativer werden dürfte. Merz hat den teilweise fast schon sozialdemokratischen Kurs von Merkel immer kritisiert. Und die CDU-Mitglieder haben ihn wohl auch deshalb gewählt. Die Frage ist nur, wie weit Merz seine Partei weg vom Merkel-Kurs treiben wird. Und an welchem Punkt er vor der AfD halt macht. Denn dass die Partei von Gauland, Höcke und Co. für die CDU ein No-Go ist, das hat er öffentlich versprochen. Wir sind nicht die XYZ-Partei, die mit jedem kann. Wir sind die CDU. Mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben. Da werde ich sehr konsequent sein. Und das werden wir sehr konsequent beobachten. Kurzes Zwischenfazit. Merz ist für viele ein total streitbarer Typ. Wegen zweifelhaften Äußerungen kassiert er immer wieder Shitstorms. Außerdem sind so einige Medien gegen ihn. Twitter sowieso. Und sogar die CDU-Delegierten haben ihn zweimal nicht zu ihrem Vorsitzenden ernannt. Und trotzdem haben die CDU-Mitglieder Merz jetzt haushoch zu ihrem neuen Chef gewählt. Aber warum? Bei der Wahl im Dezember 2021 hat Merz seine Gegner schon im ersten Wahlgang ausgeschaltet. Mit 62,1 Prozent der Stimmen hat er direkt die absolute Mehrheit eingesackt. Respekt, es haben weder Laschet noch AKK bei den Wahlen zuvor geschafft. Aber bei der letzten Wahl gab es einen großen Unterschied. Nicht nur eine kleine Auswahl der CDU-Mitglieder durfte wählen, also die Delegierten, sondern alle. Das ist die sogenannte CDU-Basis. Und die liebt Friedrich Merz offensichtlich. Ein Grund, Merz ist der große, konservative Gegenspieler von Angela Merkel. Und nach 16 Jahren Merkel-Kanzlerschaft wollen viele Mitglieder offenbar eine Veränderung. Dazu gilt die CDU-Basis sowieso als konservativ. Sie ist zum Großteil männlich und im Schnitt über 60 Jahre alt. Aber auch bei den jungen CDU-Mitgliedern hat Merz ein Stein im Brett. Friedrich Merz sorgt für Begeisterungsfähigkeit. Er ist jemand, der auch neue Ideen mitnehmen will, der junge Menschen mitnehmen will auf diesem Weg. Das hat er mit seinem Team gezeigt, dass er eben auch mit Christina Stumpf, ein Mitglied der Jungen Union, mit in sein Team genommen hat. Und deswegen freuen wir uns auf den gemeinsamen Weg hin zu einer modernen Volkspartei. Dazu muss man sagen, auch die junge Union gilt als sehr konservativ. Was bei Merz auf den ersten Blick paradox scheint, er ist bei den CDU-Mitgliedern genau für das beliebt, was große Teile der Öffentlichkeit überhaupt nicht an ihm mögen. Er ist ein Konservativer, der seine Meinung deutlich äußert, mit teilweise veralteten Wertvorstellungen bis hin zu Ressentiments. Aber heißt es jetzt, dass die CDU mit Friedrich Merz an der Spitze nach rechts abdriftet in Richtung AfD? Will Merz seine Partei so vor dem kompletten Absturz retten? Was hat er mit der CDU vor? Sie werden von mir Schritte erleben, die sie so von mir nicht erwartet hätten. Okay, ist das jetzt eine Drohung? Oder hören wir hier schon den neuen Friedrich Merz? Was auf jeden Fall sicher ist, er übernimmt die CDU in einer katastrophalen Lage. Die Partei hat die Bundestagswahl komplett gegen die Wand gefahren. Seitdem krebst die Union in den Umfragen bei schwachen 23 Prozent rum. So, und jetzt muss ausgerechnet Friedrich Merz mit 66 Jahren die Partei erneuern. Sein Masterplan? Wir werden eine moderne Volkspartei sein. Ich stelle sogar an uns selbst, auch an mich, den Anspruch, die modernste Volkspartei Europas zu sein. Und das werde ich auch ganz konkret zeigen. Tatsächlich hat Merz schon große Pläne im Kopf. Er will eine neue Umweltpolitik entwickeln, Europa wieder stärker machen und eine Strategie gegenüber China formulieren. Bei gesellschaftspolitischen Themen zeigt sich Merz zumindest teilweise offen. Auch unverheiratete, homosexuelle Paare sollen in Zukunft Kinder adoptieren dürfen. Das ist ein Thema, das wir schon seit längerer Zeit diskutieren. Spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Dass Menschen in Deutschland mehrere Staatsbürgerschaften haben. Das sollte der Ausnahmefall bleiben. Es kann solche Ausnahmefälle geben. Innerhalb der Europäischen Union ohnehin weitgehend unproblematisch, mit anderen Ländern schwieriger. Auch an den grundlegenden Ideen von Hartz IV will Merz nicht rütteln. Fördern und fordern diejenigen, die Leistung bekommen, müssen auch eine Gegenleistung im Rahmen ihrer Möglichkeiten erbringen. Und innerhalb der CDU Höhler für Zusammenhalt sorgen. Ich möchte zu allen meinen lebenden vier Vorgängern ein gutes Verhältnis haben. Der anständige Umgang miteinander ist ein Teil der DNA unserer Partei. Zuletzt war das Binnenklima bei uns schwierig. Ich will es verbessern. Wenn er von seinen vier lebenden Vorgängern spricht, dann meint Merz vor allem Angela Merkel. Die beiden verbindet ja eine lange, lange Geschichte. Ihr erinnert euch, Merkel hat Merz damals von der Fraktionsspitze gestoßen. Merz hat das wirklich lange nicht überwunden. Doch als neuer CDU-Chef klingt er so. Ich würde mich freuen, wenn Angela Merkel und die CDU auch in Zukunft beieinander bleiben. An mir wird es jedenfalls nicht scheitern. Aber Merz weiß natürlich auch, was er nicht will. Sind Sie für die Freigabe von Cannabis? Nein. Naja, das überrascht jetzt wahrscheinlich niemanden von euch. Merz hat jedenfalls riesige Aufgaben vor sich. Denn bevor er die CDU erfolgreich machen kann, muss er sie erstmal wieder zusammenführen. Er braucht den progressiven Teil, genauso wie den wertkonservativen. Und dafür hat er sich zwei Leute ins Team geholt, die genau diesen Spagat schaffen sollen. Der Ostberliner Mario Czaja soll sein Generalsekretär werden. Der steht in der Partei klar links von Merz. Czaja ist bei der Bundestagswahl 2021 der einzige CDU-Direktkandidat gewesen, der sein Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2017 verbessern konnte. Ein Siegertyp also. Doch seit wenigen Tagen wird die Luft dünner für Czaja. In einem umfangreichen Artikel hat der Spiegel darüber berichtet, dass Czaja in der Vergangenheit seine politischen Kontakte und eigene wirtschaftliche Interessen vermischt haben soll. Während Czaja noch im Berliner Abgeordnetenhaus saß, soll er als Lobbyist für eine Firma tätig gewesen sein, die in den Gesundheitssektor investiert hat. Und dafür soll er sich auch mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn getroffen haben. Teile von Czajas Vorschlägen an Spahn sollen es im Anschluss in einen Gesetzesentwurf des Ministeriums geschafft haben. Vor dem Bundestagswahlkampf soll Czaja dann übrigens seine eigenen Anteile an der Firma wieder zu Geld gemacht haben. Wir sind gespannt, wie sich die Sache entwickelt. Das wäre natürlich ein heftiger Ballast beim Start in die neue Aufgabe. Lassen wir mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. Damit auch eine Frau im Team ist, will Merz außerdem extra den Posten der stellvertretenden Generalsekretärin schaffen. Den soll dann die 34-jährige Christina Stump aus Baden-Württemberg besetzen und würde damit auch das Altersniveau im Team senken. Und auch sie hat sich zumindest schon einen kleinen Fauxpas geleistet. Als ihre Wohnungsannonce aus dem Intranet des Bundestags öffentlich geworden ist, musste sie sich eine Menge Spott über ihre viel zu niedrigen Preisvorstellungen gefallen lassen und sich anhören, dass sie keine Ahnung vom Zustand des Wohnungsmarktes in Berlin habe. Mit dem Team muss Merz dieses Jahr direkt vier Landtagswahlen bestehen. Bei jeder einzelnen kann die CDU aus der Regierung fliegen und in dem aktuellen Zustand der Partei wird das eine brutal schwere Aufgabe. Außerdem droht Stress um den Fraktionsvorsitz im Bundestag. Den besetzt momentan noch Ralf Brinkhaus. Soll er das auch weitermachen? Merz weicht der Frage bislang aus. Diese Frage steht nicht an. Es spricht einiges dafür, beide Aufgaben in eine Hand zu legen. Aber früher oder später wird sich Merz wahrscheinlich auch den Fraktionsvorsitz schnappen wollen, um die ganze Macht in der Partei zu haben. So wie Merkel damals. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ganz ehrlich Leute, ich finde Joachim Friedrich Martin Josef Merz ist ein total spannender Typ. Für mich ist er sowas wie der letzte Dinosaurier in der Politik. Aber in den letzten Wochen und Monaten hat er gecheckt, dass Teile seiner Ansichten nicht nur komplett aus der Zeit gefallen sind, sondern auch viele Menschen verletzen. Spannend bleibt, ob seine neue Offenheit nur Kalkül ist oder ob er sich wirklich nachhaltig verändert hat. Denn genau das wird ja an die CDU in den nächsten Jahren prägen. Ich bin auf jeden Fall ultra gespannt, wie Merz die CDU wieder konservativer gestalten will, ohne dass es eine spürbare Rechtsverschiebung gibt. So Leute, jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr eigentlich von Friedrich Merz? Ist er der richtige Mann an der CDU-Spitze? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden darüber, was Merz mit der CDU so anstellt. Direkt den Kanal abonnieren. Hier erfahrt ihr, wie seine Partei überhaupt so tief fallen konnte. Und das Browser-Ballett hat mal rumgesponnen, was aus dem Obdachlosen geworden sein könnte, dem Merz damals ein Buch geschenkt. » another moż beenappropriata« »Njournalon》 »Njournalonant«